So, ich hab jetzt NZKind, äh, äh, hat 1000 Abonnenten, und, äh, hier um NZKinds Frage zu beantworten eben, warst du das, beziehungsweise, XD, ja, das war ich, äh, ich hab mir einen Account gemacht, natürlich ist der Typ NZKinds taus-, LP, tausendster Abo, ja, äh, äh, ich hab so keine Hobbys, oder, also nochmal Glückwusch NZKind, 1000 Abonnenten, du hast es geknackt, du hast 1000 Abonnenten, Ja, jedes Mal, wenn eine Pelabas erreicht, geht bei mir die Welt unter, das ist so, in meiner kleinen heilen Welt geht alles kaputt, wegen euch, ihr seid doch gestört, irgendwann werden die Zergs die Welt erobern, ich weiß es.